Wer sind Sie? Was ist los, Desmond? Nichts. So, und jetzt weiter hier. Bisschen Klettern angesagt. Am Anfang schrieben wir die Wahrheit auf Pergament, auf Stein, ins Gedächtnis der Menschen. Doch all dies war unbeständig. Geläutert durch Feuer, geläutert durch Dürre, geläutert durch Flut. Die ganze Welt ist wieder unschuldig. Unschuldig und unwissend. Und wieder durch diese komische Schwenktür. Mit dem komischen Kopf. Oder mit dieser Bürste nennt man das. Da irgendwie in der Mitte. Ich komme. Das wurde auch Zeit. Wo sind wir hier? Santa Maria Araqueli. Siehst du die Säulen entlang der Gänge? Sie stammen aus römischen Ruinen. Nun, angeblich wurde diese Kirche auf einem alten Tempel der Juno erbaut. Schöne Decke. Du magst die Decke, Mann. Was für eine tolle Reisebegleitung du bist. Da oben ist was. Ach ja. Wir bleiben einfach hier unten, oder? Und wem für irgendwas. Du kannst dir nachkommen, mein Freund. Sean. Wenn du Lust hast. Bisschen Fun auf der Reise. Auch eine tolle Reisebegleitung, der Sean. Und wieder ist es... Müssen wir wieder springen. So, als ob wir das nicht schon den ganzen Tag tun, oder? Manchmal ist das nicht manchmal ein bisschen langweilig. Wir schufen sie nicht, um weise zu sein. Und nun sind sie unsere letzte, ergebliche Hoffnung. Ihr seid sie. Shit. Ihr besitzt das Potenzial zu verstehen. Doch zerstörte die Instruente. Oder setzte sie gegeneinander ein. Hier zerstören, was wir konnten. Erwarten, was wir nicht konnten. Komm hoch hier. Okay. Geh nochmal von Anfang an. Ich bin nicht der allerbeste Kleider. Muss ich ehrlich zugeben. Ich bin nicht entfernt. So, ne Falltür, ne. Super. Ein Wort für Dinge, Worte, Weisheit, aber nicht leben. Fast haben wir die Mittel, aber Zeit, Zeit zerfraß uns. Wir können sie vertreiben, wir können sie durchschauen, links ausweichen, wenn sie rechts schlägt, aber ihr Arm ist entsetzlich lang, ihre Ausdauer unendlich. Wir können nicht entkommen. Echt ewig. Hier kommt's. Hallo. Das steht nicht im Bauplan. Lasment, komm hier runter. Ja, ja. Unterwegs. Was immer das ist, es funktioniert nicht. Eine Sackgasse. Da bin ich nicht so... Ein Fahrstuhl. Ja, wenn du uns umbringen willst, Kumpel, musst du dich schon ein kleines bisschen mehr anstrengen. Next time, Sean. Wir sind da. Und jetzt das Passwort. Falls Sean recht hat. Ich hab immer recht. Auch mit der Sackgasse? Hab ich nie gesagt, ein Missverständnis. Na klar. Was sonst? Glaubst du, es versteht Deutsch? Sag's einfach. Okay. 72. Ach, dir. Wie geht der? Gehen wir mal zuerst, ne? Das müsst ihr euch ansehen. Das ist verstanden. Wow. Der Apfel ist wohl in der Mitte. Finden wir raus, wo diese Tempel sind. Oder du verwandelst den Raum in eine Untertasse, die mit uns allen davon fliegt. Über 100 Jahre könnte ich sprechen, aber ihr würdet uns nicht kennen. Ihr mit 5 sind. Ihr mit 6. Einen verheben wir euch. Zur Sicherheit. Jetzt könnt ihr nie wissen. Nur ahnen. Warten. Ihr könnt sehen, riechen, schmecken, fühlen, hören. Wissen blieb euch verwehrt. Dann, was es um die Welt geschehen war, würden wir es durch das Blut weitergeben. Euch flucht und flucht. Ihr seht den Mabern scherp. Ihr habt es nicht. Wir hätten euch lassen sollen, wie ihr wart. Es ist schwer zu verweilen. Wir wissen, wie wir. Wir raten auf dich, Desmond. Du wirst kommen. Nun wirst es aktivieren. Aber du weißt es erst, wenn es zu spät ist. Hast du das auch gehört? Ich habe gehört. Okay, ich muss hier nochmal anfangen. Zu lange gebraucht. Du weißt, was du weißt, was du weißt. Aber es ist der Falsche. Vielleicht sagt mir mal jemand. Ich werde dann einfach jetzt beim nächsten Mal an den anderen anspringen. Ich werde dann einfach mal wiederholen. Ja, schafft. Ich kann nicht glauben, dass wir endlich hier sind. Okay. Ganz langsam, smooth hier hochgehen. Und wo sind die Tempel? Soll ich danach fragen? Oder daran denken oder so. Hast du die richtige Frage gestellt? Das kenne ich. Ich kenne das Symbol. Eine phrygische Mütze. Sie steht für Freiheit. Und da, das Freimaurerauge. Die beiden kommen nur an einem Ort zusammen. Was ist los? Ich bin gelähmt. Deine DNA kommuniziert mit dem Apfel. Du hast ihn aktiviert. Lass mich gehen. Versagen Sie diesen Tag vorigen Moment des Aachens. Du, Brucht unserer Lenden und Erlenden unserer Feinde. Das Ende, der Anfang, den wir hassen und verehren. Nun beginnt die letzte Reise. Da ist eine, die dich durch das Tor begleiten wird. Du weißt nicht, wer sie ist. Das Kreuz verdunkelt den Horizont. Was soll das? Der Weg muss geöffnet werden. Du kannst deiner Rolle nicht entkommen. Es muss ausgewählend sein. Bitte, aufhören. Du weißt sehr wenig. Wir müssen dich führen. Wehre dich nicht. Nein! No, ich will dich Lucy töten. Warum? Oh, man muss es. Es ist getan. Der Weg liegt nun vor dir. Nur sie muss noch gefunden werden. Erwecke den Sechsen. Geh allein. Ja, das war Assassin's Group Brotherhood. Das Let's Play. Ähm, ja, ich... Also, ja... Wir haben gerade 2.20 Uhr abends. Oder nachts, eher gesagt. Und ja, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Und ich bin glücklich, dass ich es jetzt endlich geschafft habe. Ähm... Das möchte ich eigentlich nur noch sagen. Ähm... Vielen Dank, dass ihr mir die Treue gehalten habt. Dass ihr das Let's Play geguckt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, was zu tun ist. Bewertet das Video oder das ganze Let's Play. Bewertet es. Kommentiert es. Gibt Verbesserungsvorschläge. Abonniert, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und immer up-to-date sein wollt, wenn ein neues Video rauskommt. Ansonsten sage ich jetzt schon mal, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Scheiße. Er hat einen Schock. Er muss in die Maschine. Das ist deine einzige Chance. Der Animus hat das verursacht. Ich bin der Experte. Los jetzt. Nein. Tschösss. Tschösss. Schock. Tschösss. Tschösss. Ich bin der Schock. Untertitelung. BR 2018 Was man noch ergänzen kann ist, dass ich natürlich noch Da Vinci's Verschwinden spielen werde. Das ist ganz klar. Und danach wird Assassin's Creed Revelations kommen. Der vierte Teil der Serie. Und ja, freut euch darauf. Es kommt noch Da Vinci's Verschwinden. Keine Sorge. Das wird doch kommen. Ansonsten sage ich schon mal, wie gesagt, nochmal haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020